Musik Herzlich willkommen zu unserem IHK Spezialwebinar zum Thema Gefährdungsbeurteilung Basics für die Hotellerie und Gastronomie. Mein Name ist Ulrike Weber und ich bin hier in der IHK Schwaben unter anderem auch für den Branchen für das Gastgewerbe zuständig. In den nächsten 60 Minuten wollen wir Ihnen zeigen, was die Gefährdungsbeurteilung bedeutet, welche Hilfestellungen es gibt und wie Sie am besten zu einer für Ihr Unternehmen passenden Gefährdungsbeurteilung kommen. Wir haben für unser Webinar den Branchenkoordinator der Berufsgenossenschaft Nahrung und Genuss Gaststätten, Rolf Schwebel, in unser Studio eingeladen, der Ihnen einen Überblick über die Möglichkeiten gibt und Ihnen dieses doch etwas komplexe Thema praxisgerecht erläutern wird. Sollten Sie Fragen haben, so stellen Sie diese bitte im Chat. Wir werden diese dann gleich im Anschluss an den Vortrag live hier noch beantworten. Jetzt übergebe ich gerne an Herrn Schwebel und freue mich über seine Ausführungen. Ja, einen schönen guten Morgen, sehr geehrte Damen und Herren. Darf ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Rolf Schwebel. Kurz zu meiner Person bin ich gut 28 Jahre Aufsichtsperson der Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gastgewerbe. Aufsichtsbezirk allerdings Nordrhein-Westfalen. Aber meine Hauptaufgabe seit vielen Jahren ist die Branchenkoordination für das schöne Gastgewerbe. Das bedeutet, als Branchenkoordinator befasse ich mich natürlich mit allen Tätigkeiten, Arbeitsmitteln und so weiter, gerade mit neueren Dingen, mit einem Gefährdungspotenzial, natürlich mit möglichen Belastungen. Gerade in den letzten Jahren natürlich zum Beispiel mit dem Thema Shisha-Bars oder Holzkohlegrill oder Foodtags oder ähnlichen Dingen. Und natürlich auch mit den klassischen Themen Gefährdungsbeurteilung, Arbeitsschutzorganisationen und so weiter. Das heißt, ich bin übergreifend tätig, bundesweit tätig und bin gerne der Einladung von der Frau Weber gefolgt, um Ihnen das Thema Gefährdungsbeurteilung etwas näher zu bringen. Weil das ist ein Thema, was ja eigentlich schon seit Ende der 90er Jahre rechtlich verbindlich eingefordert ist. Ich möchte Ihnen das kurz vorstellen. Ich habe es mit einem zweiten Thema verbunden, und zwar mit der sicherstechnischen und arbeitsmedizinischen Betreuung. Weil daraus ergibt sich dann auch gewisse Lösungen oder Unterstützung unsererseits natürlich, dass Sie meistens pragmatisch und mit hohem Nutzen natürlich die Gefährdungsbeurteilung für Sie durchgeführt werden oder selbst durchführen. Ich fange stark direkt ein. Schwerpunkt Gefährdungsbeurteilung ist das zentrale Thema im Arbeitsschutz schon seit vielen Jahren, Ende der 90er Jahre. Es ist, wie ich eben gesagt habe, eine rechtliche Verpflichtung eines jeden Arbeitgebers. Gilt in allen Branchen. Jeder, der mindestens einen Beschäftigte hat, muss sich damit auseinandersetzen. Gilt also auch für die Branchen, zum Beispiel Bau, Metall und so weiter, Einzelhandel, genauso für unseren Bäcker, auch die Gastronomie. Also nichts Neues eigentlich. Und kommt aus dem Arbeitsschutzgesetz, aus der Arbeitsstättenverordnung, Prinzip-Sicherheitsverordnung. In allen Vorschriften und Regelungen finden Sie das zentrale Element der Gefährdungsbeurteilung. Was ist das eigentlich? Sie können es ein bisschen vergleichen. Sie alle haben oder fast alle werden Lebensmittelbetriebe haben, Lebensmittelherstellen. Sie kennen ja das HA-CCP-Konzept, also ein Eigenkontrollsystem, um möglicherweise Risiken, Schwachstellen in Bezug auf der Lebensmittelherstellung zu eliminieren, zu minimieren, zu vermeiden. Und so ähnlich ist es auch mit dem Thema Gefährdungsbeurteilung. Das heißt, die Gefährdungsbeurteilung ist eine systematische Analyse und Bewertung von relevanten Gefährdungen in Ihrem Betrieb oder Belastungen natürlich. Und der Bewertung der Risiken, hohes Risiko, kleines Risiko kommen noch zu. Es müssen anschließend Maßnahmen überlegt werden, Lösungen überlegt werden, die geeignet sind. Die müssen umgesetzt werden zu einer bestimmten Frist. Die kann man sich teilweise selbst setzen. Das muss man mal schauen. Je nach Risiko natürlich. Und das Ganze muss natürlich in der Praxis überprüft werden. Ist das ausreichend wirksam? Ich bringe ja auch nachher noch einige Beispiele. Also, Schwachstellenanalyse, Umsetzen geeigneter Maßnahmen und Überprüfung. Nachher in der Praxis ist die Maßnahme, war die geeignet, wie die von meinen Beschäftigten akzeptiert und so weiter. Ziel und Nutzen natürlich aus, sagen wir mal, rechtlicher Sicht ist die Verbesserung von Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten. Und wie geht es ja um die Beschäftigten, um den Personenschutz durch eine frühzeitige Erkennung von Gefährdungen, Belastungen und natürlich präventiven Handeln. Das heißt, der Umsetzung von Maßnahmen. Da steckt hinter den Forderungen in der Sache. Das bedeutet für Sie, Sie haben einen konkreten Vorteil, wenn Sie das so umsetzen. Sie haben sicheres, gesunde und effiziente Arbeitsplätze, Arbeitsbedingungen, das Risiko von Unfällen oder Berufskrankheiten, Gesundheitsgefahren, Fehlzeiten, Störungen, auch was Maschinenstörungen vielleicht betrifft, wird verringert, minimiert. Und natürlich im Ende eine gewisse Motivationssteigerung und natürlich auch Wertschätzung der Beschäftigten und erhöhende Produktivität, Kostensenkung durch die Verringerung der Störfälle und natürlich auch letztendlich wirtschaftliche Vorteile. Also doch, Sie haben ein hohes Maß an Nutzen, an Vorteilen natürlich und können da letztendlich durch Eigen, Dynamik, also frühzeitig im Prinzip die Vorteile natürlich dann genießen. Wir haben ein etwas verändertes Regelwerk. Die letzten 20, 25 Jahre, vor langer Zeit, auch zu meinem Beginn bei der Berufsnassenschaft, war fast jedes Detail vorgeschrieben. Das haben wir so in der Form nur noch bei wenigen Dingen. Oftmals steht drin, es muss geeignet sein, es muss sicher sein, überlegen sich gute Lösungen. Zum Beispiel müssen Arbeitsmittel wie ein Rolltor, ein Gabelstapler oder auch eine Schankanlage, waren früher feste Prüffristen, starre Prüffristen, die musste man einhalten. Heute sind das Arbeitsmittel, da kann man sich im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung, je nach Betrieb und so weiter, letztendlich nach Verhältnissen, Beanspruchungen oder eigenen Beschäftigten, auch zum Teil Prüffristen, selbst mit überlegen. Man muss sie gut begründen. Also sie haben mehr Freiheiten gegenüber den starren Vorgaben. Das war auch immer der Wunsch der Arbeitgeber, also Freiraum für individuelle betriebliche Lösungen. Sie haben aber natürlich auch dadurch ein hohes Maß an Eigenverantwortung. Sie müssen also begründen, warum sie zum Beispiel die Anlage oder das Arbeitsmittel und so weiter in den Abständen prüfen. Schauen wir mal, sie müssen auch immer das Risiko einschätzen, die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Schadens. Also wo ist die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert, von gering bis im Prinzip häufig möglicherweise und natürlich auch berücksichtigen die Schwere des möglichen Schadens. Habe ich vielleicht nur eine kleine Fingerverletzung, eine Schnittwunde bis hin zum irreversiblen Schaden, zum Beispiel Bruch oder so weiter, bis auch vielleicht eine tödliche irreversible Verletzung. All das geht in die Gefährdungsbeurteilung mit ein. Die Risikoeinschätzung ist auch immer ein wichtiges Instrument letztendlich zur Beurteilung der Maßnahmen. Ja, die Maßnahmen müssen dann festgelegt werden, entsprechend dann dem Risiko, auf jeden Fall bei einem hohen Risiko. Das bedeutet, eine hohe Schadensschwere ist zu erwarten. Austritt, unkontrollierter Austritt von wegen Schankgasen oder ähnlichen Dingen in kleinen Räumen oder von CO-Bildung in der Shisha-Bar oder beim Holzkohlegrill möglicherweise oder beim Foodtrag die Gasanlage oder natürlich der entsprechenden Eintrittswahrscheinlichkeit. Aber ich gebe Ihnen gleich ein paar praktische Tipps, ein paar praktische Hinweise, damit das für Sie ein bisschen klarer kommt. Also wichtig ist, zusammenfassend, wir haben in verschiedenen Regelungen noch allgemeine Vorgaben. Es muss eine Gefährdungsbeurteilung gemacht werden. Da kann der Betrieb A vielleicht zu einer anderen Lösung kommen wie der Betrieb B. Sie müssen es dokumentieren, Sie müssen es gut begründen. Und das ist natürlich auch ein hohes Maß und Eigenverantwortung. Aber hat auch, wie gesagt, den Freiraum für Ihre individuellen betrieblichen Lösungen. Ja, und dann natürlich muss das Restrisiko, also Risiko Null wäre natürlich optimal, Vision Zero, ist auch immer wieder ein Thema bei uns natürlich, sollte möglich natürlich gegen Null gehen, dass man das praktisch ausschließen kann, was natürlich in der tatsächlichen Praxis kaum auszuschließen ist. Es wird immer einige Messerunfälle geben, es wird auch Rutschturzunfälle geben oder auch bei Fritteusen, beim Hantieren mit Körben, auch hinter einer Verbrennung oder Verbrühung. Wenn Sie Maßnahmen festlegen, nachdem Sie detektiert haben, welche Belastung und Gefährdung ich habe, Beispiel kommen ja noch, müssen Sie eine Maßnahmenliste erstellen. Und zwar im Arbeitsschutz geht es nach dem sogenannten Top-Prinzip. Top bedeutet einmal, optimal ist es, Sie haben überhaupt keine Gefahrstelle. Oder rechts auf meinem Bild zum Beispiel, Sie haben überhaupt keinen Gefahrstoff im Einsatz zur Reinigung und Desinfektion. Aber letztendlich wird man kaum ohne ätzend reizende Reinigungsspülmittel auskommen, deswegen darf man sie auch nutzen. Aber dann nach dem Prinzip zum Beispiel, wie das Top-Prinzip klassifiziert. Top bedeutet T, technische Maßnahme. Optimal ist natürlich, die Gefahrstelle an einer Maschine, an einem Gerät wird gesichert, dass ich gar nicht als Beschäftigter, als Mensch in die Gefahrstelle komme. Also die Verhinderung, in die Gefahrstelle zu komme, ist immer noch besser, vor einer organisatorischen Maßnahme zum Beispiel lediglich das Warnschild anbringen an der Gefahrstelle, passt bitte auf. Oder die Leute unterweisen, die Beschäftigten unterweisen. Und das ist immer noch besser wie eine personenbezogene Maßnahme, zum Beispiel die Benutzung von Lärmschutz, Schutzschuhe oder ähnlichen Dingen, also von der Schutzausrüstung. Also wenn Sie Maßnahmen festlegen, individuell festlegen, denken Sie bitte an das Top-Prinzip. Ja, das macht auch Sinn natürlich, eine technische Lösung, dass man gar nicht zur Gefahrstelle kommt oder den Gefahrstoff vielleicht gar nicht einsetzt. Möglicherweise andere Gebinde nutzt, die weniger gefährlich sind. Bis hin nachher zur letzten Maßnahme, personenbezogene Maßnahme, wie Benutzung von Schutzausrüsten, ist ja letztendlich auch immer ein Akzeptanzproblem in den Betrieben. Ja, wie geht man vor? Da gibt es natürlich viele Anleitungen. Auch wir als Berufsdienststoff BGN haben da eine Anleitung, zu der ich gleich komme, für verschiedene Tätigkeiten und verschiedene Branchen. Optimalerweise sollte man so vorgehen. Das sind im Prinzip immer sieben Prozessschritte, wie hier in meiner Folie auch aufgezeigt. Sie bekommen ja auch im Nachgang meine Folien hier zu dem Thema. Einmal vorbereiten, festlegen von Arbeitsbereichen und Tätigkeiten, komme ich gleich zu. Dann ermitteln Sie die Gefährdungen, da helfe ich Ihnen auch. Bewertendes Risiko, geringes, großes Risiko. Sie haben ja auch schon gewisse Erfahrungswerte, zum Beispiel Rutschturzunfälle, Verbrennung, Verprüfung oder ähnliche Dinge und wissen schon im Prinzip, habe ich ein hohes Risiko, ein geringes Risiko oder die Eintrittswahrscheinlichkeit. Sie legen Maßnahmen fest, zum Beispiel rutschfester Boden, besseres Schuhwerk oder häufiger Reinigungsintervalle festlegen. Zum Beispiel, Sie durchführen die Maßnahmen durch. Sie machen eine sogenannte Wirksamskontrolle. Steht hier unter 6 zum Beispiel, ist auch die Lösung akzeptiert von den Beschäftigten. Zum Beispiel nutzen Sie dann auch die Schutzhandschuhe oder die Brille, wenn ich meinen Heißluftdämpfer einsprühe oder ähnliche Dinge. Und das Ganze ist natürlich nicht nur einmalig, sondern es muss auch fortgeschrieben werden. Es gibt keine gesetzliche Frist. Ein Jahr, alle zwei, alle drei, das richtet sich auch nach den betrieblichen Verhältnissen. Haben Sie neue Beschäftigte, haben Sie vielleicht auch Unfälle, haben Sie neue Maschinenanlagen, dann auf jeden Fall das Ganze fortschreiben. Also eine lebende Tätigkeit, das Fortschreiben der Gefährdungsbeurteilung. Empfehlung, einmal im Jahr sollte man sich das angucken, zum Beispiel auch wie die jährliche Unterweisung der Beschäftigten in dem Zusammenhang. Und das Ganze muss natürlich dokumentiert werden. Das, was hier steht, 1 bis 7, kennen Sie ja eigentlich. Das war schon immer die Pflicht des Arbeitgebers. Aber seit Ende der 90er Jahre muss es auch klar und deutlich dokumentiert werden. So, und da gibt es natürlich Handlungshilfen, Musterchecklisten von uns, auch von anderen natürlich. Auch das Internet ist relativ voll. Ich zeige Ihnen das, was wir natürlich haben, weil es auch auf die Branche abgestellt ist. Als Beispiel, ich sagte ja unter 1, man legt zum Beispiel eine Betrachtungseinheit fest. Das könnte in einem Hotel zum Beispiel sein. Die Küche, die warme Küche mit der Spülküche. Das könnte der Gastraum sein als im Prinzip arbeitsbereichbezogen Nummer 2. Der Ausschrank, der Service, Housekeeping zum Beispiel oder auch die Haustechnik. Das sind Sie frei wählbar. Nur mal so ein Angebot zum Beispiel, was damit gemeint ist. Als man versucht, gleiche Tätigkeiten in den gleichen Arbeitsbereichen zusammenzulegen, erleichtert das Ganze. Ja, trotzdem überlegen immer wieder, ist meine Maßnahme geeignet? Ist die rechtssicher? Gibt es Regelungen dazu? Ist die kostengünstig für mich? Gibt es noch Alternativen? Und auch immer wieder ist das Restrisiko beim Arbeiten, was nun mal da ist, auch akzeptabel. Und deswegen haben wir auch einige Empfehlungen oder Regelungen für Sie natürlich, an denen man sich sehr gut orientieren kann. Wir haben seit 2019 eine überarbeitete, aktualisierte Regel für die Küchenbetriebe. Alle, die, die eine warme Küche haben, vom Imbiss bis hin zur Großküche, dafür gilt bundesweit die DGV-Regel 110.003, Branche Küchenbetriebe. Das ist die alleinige Küchenregel, hier national, herausgegeben von uns, auch letztendlich mit den anderen Berufsnossenschaften abgestimmt. Und die ist aufgebaut, wie ähnlich eine Gefährdungsbeurteilung. Das ist ja auch der Vorteil zum Beispiel. Hier steckt natürlich das Belastungs- und Unfallgeschehen drin. Und wir haben die aufgebaut, also den allgemeinen einleitenden Worten natürlich, nach den Arbeitsplätzen und Tätigkeiten und nach Gefährdungen und Maßnahmen. Also die praktischen Regel Küchenbetriebe, natürlich kostenlos im Internet verfügbar, bei uns auf der Internetseite, da können Sie gerne durchgehen, wenn Sie eine warme Küche haben, bis hin zur Entsorgung und können sich die typischen Gefährdungsmaßnahmen nehmen, gucken, habe ich, habe ich nicht und so weiter und können dann zum Beispiel das Dokument eliminieren. Man kann ja auch vieles rauskopieren. Ich denke mal eine gute Anleitung und das ist auch die bestehende Regel. Die sagt auch was zum klassischen Fußboden, zu Reinigungstätigkeiten, zum Beispiel zu Lüftung, zu Elektrik, zu Beleuchtung, aber auch natürlich zur Benutzung von Chemikalien, zur Schutzausrüstung und Ähnlichen. Wir haben ein, zwei praktische Beispiele, damit Sie sehen, dieses TOP-Prinzip, was damit gemeint ist. Sie wissen alle, Wasser und heißes Fett verträgt sich nicht, wenn es zusammenkommt. Es ist für den Pensionsschutz, kann das verheerend werden. Wir haben die schlimmsten Verbrügungen. Wir haben immer mal noch den einen oder anderen, der in der Hektik, in der Eile, obwohl es natürlich besser weiß, möglicherweise eine brennende Bratpfanne, brennendes Fett versucht mit Wasser zu löschen. Das gibt ja die sogenannte Fettexplosion. Und deswegen muss man also auch vermeiden, dass Wasser, egal ob vom Sprinkler kommt oder wie hier der Wasserhahn oder von der Benemarie, in die Fritteuse, in das heiße Fett oder Öl gelangen kann. Und die technische Lösung wäre, die optimale technische Lösung wäre, nicht nur sagen, passt bitte auf, sondern das wäre im Prinzip ein Abstand zwischen Fritteuse und zum Beispiel dem Wasserbad oder dem Wasserhahn. Und da haben wir durch Versuche zum Beispiel auch praktische Versuchstecken dahinter detektiert zum Beispiel, dass ich, wenn ich einen Abstand habe von 80 Zentimetern, im Prinzip keine Spritze mehr im normalen Zustand in das Fettbad gelangen dürfte, habe ich einen geringeren Abstand. Dann mache ich zum Beispiel ein Abweisblechchen. Hier haben wir es quer. Das könnte auch seitlich sein mit einer entsprechenden Höhe. Und Sie sehen ja, die Höhe des Abweisbleches zum Beispiel ist abgestuft. Das muss also etwas lebensmittelechtes sein, zum Beispiel aus Edelstahl könnte es Abweisblech sein. Also das wäre die technische Lösung, um im Prinzip das Problem, die Belastung, Wasser und heißes Fett zu minimieren oder auszuschließen. Also entweder durch den Abstand oder als Alternative durch ein ausreichendes, dimensioniertes Blech. Anderes Beispiel. Wir alle arbeiten oder Sie alle arbeiten natürlich mit Messern, Umgang mit Messern. Wir hatten immer mal wieder auch ein Messerprojekt, das hieß dann Schneiden ohne Risiko. Da haben wir vielfältige Lösungen detektiert für Sie, für die Praxis. Auch einen großen Internetauftritt zum Thema mit sehr gutem Filmmaterial natürlich zu vermeiden. Natürlich einmal natürlich von Messerunfällen. Wir haben im Durchschnitt immer über 6000 Messerunfälle mit langen Ausfallszeiten. Das sind in der Regel im Schnitt war eine sieben Tage Arbeitsunfähigkeit. Also auch der wirtschaftliche Vorteil, wenn ich keinen Messerunfall habe. Und unabhängig jetzt von den vielen Messerunfällen der Vermeidung, habe ich natürlich auch in der Regel im Prinzip manchmal auch die Belastung. Ich habe hier zum Beispiel den kleinen Küchenchef oder Koch und habe einen etwas größeren. Die Menschen sind nun mal von der Größe her verschieden. Und der Arbeitstisch, es gibt natürlich auch bewegliche, aber kaum akzeptiert, ist auch in der Regel oft schwierig umzusetzen. Aber was man doch relativ einfach machen kann, das sehen Sie hier im Blau, das ist die sogenannte Schneidunterlage. Also ein höhenverstellbares Schneidbrett, wo ich hier mit verschiedenen Lagen, Etagen mit doch bis hin zu 10, 12 Zentimeter aufbauen kann. Gerade für den großen Beschäftigten. Minimiert das Unfallgeschehen, entlastet den Rücken. Also eine wunderbare Sache. Spielmaschinenfest natürlich. Das sind also Dinge, die wir aus diesem Messerprojekt mitgenommen haben. Oder zum Beispiel eine sichere Messeablage, dass das Messer nicht einfach wahllos wieder in die Schublade gelegt wird oder auf dem Arbeitstisch liegt, wo ich vielleicht dann reingreife. Da gibt es also auch aus hygienischen Gründen eine Messeaufbewahrung, die ich mit einem einfachen Klapp aufklappen kann und kann das einfach leicht reinigen. Das ist so für im Prinzip die Arbeitstätigkeit. Und nach Arbeitsende kommt die Messe wieder an die Magnetleiste oder in die Schublade. Beispiel Getränkchenkanlagen. Das möchte ich gar nicht im Detail durchgehen. Das wäre schon fast das gesamte Compendium zum Thema Gefährdungsbeurteilung und Getränkchenkanlage. Wer eine Getränkchenkanlage von Ihnen betreibt, weiß, CO2, also Kohlenstoffdioxid, Kohlendioxid ist nun mal ein Gas, ein Schankgas. Lebensmittel echt, darf genutzt werden. Hat aber den Nachteil, wenn es unkontrolliert in kleinen Räumen austritt, haben wir schnell eine hohe Konzentration. Und es ist erstickend. Es gibt ja Feuerlöcher mit CO2. Und genauso ist es auch bei dem Schankanlagengas CO2. Und seit Jahren sind ja die Behörden, die Arbeitsschutzbehörden, Gewerbeaufsichtsämter oder wir, zum Beispiel Berufslosenschaft, tatsächlich gehen durch die Betriebe im Rahmen der Beratung, schauen uns dann die Räumlichkeiten an, die Bierkeller an oder auch die Kohleanlagen an, überall da, wo die Gasflaschen stehen, die angeschlossen sind und treffen Maßnahmen. Hier steht kurz und knapp drin natürlich das Gefährdungspotenzial, austretende Schankgas. Da muss ja kontrolliert werden, das habe ich für eine angeschlossene Menge, zum Beispiel 10 Kilo. Wie groß ist mein Raum? Ist der deutlich zu klein? Kann ich den Raum schlecht größer machen? Aber den kann ich zum Beispiel belüften, also eine technische Abluftanlage oder eine Gaswarnanlage. Da gibt es verschiedene Systeme auf dem Markt. Da muss man dann schauen natürlich, Anschaffungspreis, Wartungsintervalle und ähnliche Dinge, wie gesagt, also da hilft Ihnen dann mit Sicherheit der Schankanlagen, Bauer, Reiniger aus Ihrer Region natürlich mit. Ja, Sie brauchen also eine Maßnahme, wenn Sie kleine Räume haben. Wie gesagt, zu dem Thema gibt es vielfältige Unterlagen. Hier auf der einen Folie kurz zusammen, kompakt zusammengefasst, was das Wichtigste ist. Ihr Personal muss unterwiesen werden, wenn die in gefährdene Bereiche gehen. Dafür gibt es dieses Warnschild. Man muss die Tür auflassen letztendlich, wenn man in die Kühlraumtür geht, angenommen mit dem angeschlossenen Bierfass und Ähnliches. Und auch zum Beispiel muss ein Gaswarngerät, je nach Herstellangabe, auch mal gewartet, geprüft oder ein Sensor ausgetauscht werden. Und Ihr Job letztendlich als Arbeitgeber ist ja ganz wichtig, dass Sie Ihr Personal und natürlich unterweisen. Wechsel von der Gasflasche, wie das ordnungsgemäß geht. Oder Alarmfall, ganz wichtig, das sehen wir immer wieder. Viele haben eine Gaswarnanlage, aber auch klar wissen, es gibt einen Hauptalarm, 3 Prozent, Kohlensäure und mehr darf keiner mehr rein. Und es gibt einen Voralarm. Alle Gaswarngeräte für Schöneranlagen haben einen Voralarm. Burp, burp, burp. Dann darf man noch rein, nach dem Leck gucken oder zudrehen. Und bei dem Hauptalarm ist der durchgehende Warnton. Burp, darf keiner, beschäftigt mehr oder keiner ohne Atemschutz den Bereich betreten. Denn konsequent müsste man THW, Feuerwehr, jemand mit Atemschutz kommen lassen, der im Prinzip lüftet, querlüftet und die Räume dann wieder freigibt. Das steckt alles so dahinter. Also wenn Sie Beratungsbedarf haben, schauen Sie in unsere Unterlagen. Weitere Hilfestellungen kommen ja gleich. Was haben wir noch? Konsequenterweise haben wir natürlich auch eine sogenannte Checkliste oder eine Handlungshilfe zum Thema Gefährdungsbeurteilung, auch für die Branche Gastgewerbe. Das wäre hier diese ASI 10.12. Das ist unser Angebot, ist natürlich nie im Prinzip vollständig. Gerade das Gastgewerbe. Wir haben den Gashof, wir haben Restaurants, wir haben Immersbetriebe, wir haben Hotels. Wir haben aber auch Diskotheken, Shisha-Bars, Foodtrucks und so weiter, Freizeitgeschichten, Catering. Also Sie können das gar nicht alles in einer Broschüre abbilden. Es ist aber im Prinzip beschrieben, erst mal die wichtigsten Elemente und einige Arbeitsbereiche sind hier enthalten. Das schließt nicht aus, dass Sie also im Prinzip je nach Tätigkeit oder Arbeitsbereiche diese Schrift von uns auch kostenlos im Download natürlich für uns verfügbar nutzen können. Weitere Hilfen kommen gleich. Also das ist unser Angebot seit vielen Jahren zum Thema Gefährdungsbeurteilung. Wie gesagt, das ist so der erste Weg. Auf jeden Fall denke ich ausreichend, wenn Sie den Betrieb haben. Aber wie gesagt, wenn Sie weitere Tätigkeiten haben, müssten Sie also weitere Dokumente oder Blätter anlegen. Ja, Sie sehen auch vielfältige weitere Informationen zu dem Thema zum Beispiel. Hier haben wir eine Broschüre ASI 10.0. Das ist die grundlegende Handlungsanleitung. Das ist im Prinzip das, was ich jetzt gerade gesagt habe, um was es überhaupt geht. Die sieben Prozessschritte, Musterformulare oder ähnliche Dinge sind dort abgebildet. Noch mal zum Nachlesen zum Beispiel gerade das Thema psychische Belastung ist ein wichtiges Thema. Nicht nur bei uns im Gastgewerbe, aber Zeitgestaltung, Stress und ähnliche Dinge. Auch da haben wir noch mal zusätzlich eine Sonderbroschüre zu dem Thema oder sowieso Sonderpublikationen zu dem Thema aufbereitet. Dann zum Beispiel auch körperliche Belastung, Housekeeping oder ähnliche Dinge. Also Sie sehen, für das Gastgewerbe haben wir sehr viele, viele und vielseitige Informationen für Sie zusammengestellt. Ich schicke Ihnen gerne im Nachgang über die Frau Weber auch einen Link zu den Produkten, damit Sie das in dem Internet einfach wiederfinden. Ja, und auch zum Thema Schankerlagen haben wir was Spezielles, wie auch zu manch anderem Thema natürlich, aufgrund der Wichtigkeit oder der Komplexität. Also ich denke, weil wir haben wirklich für fast alle Tätigkeiten Handlungshilfen, gilt auch für Shisha-Bars oder ähnliches Dinge. Also irgendwo finden Sie immer was aufbereitet. Ja, Corona im Moment ist es glücklicherweise, sagen wir mal, relativ ruhig in dem Thema. Wir wissen natürlich nicht, Herbst, Winter kommt noch was. Wir hatten aber die letzten zwei Jahre auch in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen, die HOGA, IHK und anderen, sehr vielfältige, aber auf Wunsch der Praxis vielfältige branchenspezifische Handlungshilfen erarbeitet zum Thema Corona-Pandemie, die Vermeidung letztendlich der Infektionsübertragung, die sind nach wie vor noch im Internet natürlich da, je nachdem, wie sich das vielleicht dann auch im Herbst, Winter wieder möglicherweise bildet oder nicht bildet. Auch da die Mustergefährdungsbeurteilung zum Thema, zusätzlich zu der allgemeinen Gefährdungsbeurteilung ist diese zum Beispiel. Und dann sind noch weitere Handlungshilfen zum Beispiel, auch nach dem Riechstart, nach dem ersten Lockdown, Handlungshilfen. Was macht man, wenn eine Schrankerlage länger aus Betrieb war oder im Prinzip auch das Hotel, das Wasser abgestellt war, da geht es auch um legionell und ähnliche Dinge. Also wenn das mal wieder ein Thema werden sollte, möglicherweise vielleicht im Herbst, Winter, wir hoffen es natürlich alle nicht. Auch da haben wir vielfältige Angebote, wie man mit diesem Problem, mit diesem Thema umgehen kann. Wird auch immer wieder aktualisiert, teilweise tagesaktuell, weil das sind auch sehr viele regionalen Vorgaben. Wie Sie wissen, hat sich ja schnell im Rechtswissen was umgeändert. Wer unterstützt Sie? Viele von Ihnen werden schon eine Gefährdungsbeurteilung haben oder letztendlich auch vielleicht Zusammenarbeit mit dem einen oder anderen Dienstleister. Wer unterstützt Sie jetzt aus Sicht der BGN? Einmal natürlich persönlich, das kann vor Ort sein, das kann auch bei Telefon sein, Skype, wie auch immer. Ihr zuständiges Kompetenzzentrum, da komme ich gleich. Das ist mir auch wichtig, dieses Thema. Da geht es um die sicherheitstechnische arbeitsmedizinische Betreuung. Bis zehn Vollbeschäftigte, der eine oder andere hier im Chat wird es ja sein oder haben, kann in das Kompetenzzentrum kommen und bekommt sogar kostenlos eine Gefährdungsbeurteilung erstellt. Ich komme gleich zu, wie er zu dem Kompetenzzentrum kommt. Wenn er über zehn ist, kann er natürlich nicht mehr im Kompetenzzentrum teilnehmen. Das ist so eine rechtliche Vorgabe, aber dann hat er ja eine eigenständige Sicherheitsfachkraft oder einen Betriebsarzt sich ausgesucht aus seiner Region, hat einen Vertrag mit denen gemacht, die unterstützen auch. Oder wenn er keine eigenständige Lösung hat, gehört er unserem ASD der BGN an. Also ASD bedeutet Arbeitsmedizinischer Sicherstechnischer Dienst der Berufsnassenschaft, unserer Berufsnassenschaft. Letztendlich auch wir bieten dann Unterstützung an mit unseren Dienstleistern letztendlich vor Ort. Auch zu dem Thema Gefährdungsbeurteilung. Aber die wird ja nicht kostenlos erstellt. Das ist nur beim Kompetenzzentrum so. Und natürlich jeder Betrieb, egal groß oder klein, jeder Betrieb hat eine zuständige Aufsichtsperson der BGN. Das ist meine Kollegin oder mein Kollege aus der Region. Später kommt noch der Link, die Internetadresse, wo Sie die Adresse raussuchen können, den Sie gern kontaktieren können. Und nicht nur zu Fragen zur Gefährdungsbeurteilung. Ich will aber mal die Systeme der Betreuung kurz erläutern, damit Sie sich wiederfinden. Daraus ergeben sich manchmal auch Fragen. Bin ich richtig, sag mal mal, betreut? Kann ich was anderes machen? Aufwand, Kosten, Nutzen und so weiter. Das steckt jetzt so ein bisschen hier in meiner Vorstellung. Ihre Betreuungsmöglichkeiten. Was haben Sie? Betriebsarztliche technische Betreuung. Dazu jetzt hier diese Folie. Die sieht gewaltig aus. Wir haben also verschiedene Betreuungsmöglichkeiten. Ich fange mal, gerade mal gucken, mit dem Laserpointer mit rechts an. Betriebe, also erstmal gibt es natürlich eine Vorschrift oben drüber, die sowas einfordert. Gibt es aber schon ewig. Ab dem ersten Beschäftigten muss man im Interesse des Beschäftigten, zum Schutze des Beschäftigten, braucht man eine Betreuung. Sicherheitstechnisch, arbeitsmedizinisch. Das sind die Regeln, die muss man einhalten. Und jetzt überlegen wir, wie können wir das praktikabel umsetzen. Wir haben im Rahmen des Kompetenzzentrum-Modells, das rechte Wort, haben wir bis zu zehn Vollbeschäftigte. Ein Vollbeschäftigter sind 1600 Arbeitsstunden mal 10, wenn er 16.000 Stunden. Das sehen Sie auch bei uns bei den Lohnnachweisen, die Sie uns also immer geben und so weiter. Haben Sie die Möglichkeit, in das sogenannte Kompetenzzentrum-Modell zu gehen? Denn Sie müssen einmalig eine Qualifizierung durchlaufen. Der Arbeitgeber selbst, Sie als Chef oder eine entsprechende Führungskraft, die Sie beauftragen. Komm mal gleich zu, was es da für Möglichkeiten gibt. Wenn Sie das einmalig gemacht haben, das ist Arbeit von im Prinzip ein oder zwei Abenden. Sie bekommen kostenlos Informationsmaterial, steht ja schon auch im Internet. Das sind Kontrollfragen, dass man es gelesen und verstanden hat. Dann bekommen Sie von uns ein Zertifikat. Dann haben Sie die Grundqualifizierung schon mal sichergestellt. Und sind automatisch in dem sogenannten Kompetenzzentrum-Modell. Da haben wir einige bundesweit. Und dann können Sie dort anrufen. Letztendlich, ich habe Beratung oder ich brauche Beratung zur Sicherheit oder zur Gesundheit und so weiter. Oder zur Gefährdungsbeurteilung. Die kommen dann kostenlos, machen mit Ihnen einen Termin und unterstützen Sie dabei. Und führen auch auf Wunsch natürlich von Ihnen eine Gefährdungsbeurteilung aus. Also wenn auch nicht in diesem Modell ist, bis 10 Vollbestäftigte, könnte überlegen, auch jetzt natürlich noch zukünftig in dieses Modell zu gehen. Als zweites Modell, noch nicht ganz so lange am Start, haben wir das Modell mehr als 10 Beschäftigte, bis zu 50 Vollbeschäftigte. Das nennt sich bei uns Unternehmermodell. Da muss der Chef selbst oder eine Beauftragte, muss letztendlich dann nochmal ein Seminar besuchen. Also eine Grundqualifizierung. Da gibt es ein paar vorbereitende Sachen. Mittlerweile auch manche sind online natürlich. Aber das Basisseminar wäre insgesamt drei Tage, von Mittag bis Mittag. Letztendlich natürlich bezahlen wir Reisekosten, Übernachtung und natürlich die ganzen Schulungsunterlagen. Aber man muss sich selbst freistellen. Es gibt Seminartermine im Internet. Und dann wird man also nochmal aufgeschult in den Themen, die man eh wissen muss als Arbeitgeber. Letztendlich bekommen die Grundlagen Dinge mit. Braucht dann auch keine externe Betreuung. Nur wenn man dann den Bedarfsfall hat, steht hier unten und braucht Beratung vor Ort, die Aufsichtsperson kommt ja kostenlos. Aber wenn Sie einen Dienstleister benötigen, die Kosten müssten Sie dann als Arbeitgeber tragen. Aber auch ein interessantes Modell. Wie gesagt, über 10 bis 50 Vollbeschäftigte. Und einige von Ihnen werden die anderen Betreuung haben. Also sogenannte Regelbetreuung. Wer sich also für die rechte Seite Anlage 3 und 4 nicht entscheiden konnte oder vielleicht das auch nicht besser wusste. Ein eigener Betriebsarzt, denke ich mal, Hotelgastgewerber haben wir kaum. Ich kenne keinen. Das ist eine andere Hotelkette, hat zum Beispiel auch eine ausgebildete Sicherheitsfachkraft, die dann mehrere Betriebsstätten betreuen kann. Das wäre vielleicht denkbar zum Beispiel. Aber viele haben, die meisten von Ihnen, die nicht in diesem Anlage 3 oder 4 Modell drin sind, haben wahrscheinlich unseren ASD, Arbeitsmedizinischen Sicherstechnischen Dienst. Und das läuft auch ganz einfach so. Wenn Sie einen Betrieb eröffnen, werden Sie ja von uns angeschrieben. Denn wir müssen ja gewährleisten, dass Sie eine Betreuung haben. Und wenn wir von Ihnen in den ersten sechs Monaten nichts hören, dass Sie ein eigenes Modell haben, irgendwo teilgenommen haben oder Verträge gemacht haben, werden Sie nach sechs Monaten automatisch dem ASD angeschlossen. So, natürlich können Sie sich befreien, wenn Sie zum Beispiel am Kompetenzzentrumodell teilnehmen oder auch am Unternehmermodell. Deswegen werden viele, die ein ASD haben von Ihnen, das erkennen Sie an einem separaten Bescheid natürlich, an einem sogenannten Beitragsbescheid. Da steht ein ASD der BGN mit. Das hat nichts mit dem eigentlichen Beitrag letztendlich zur gesetzlichen Unfallversicherung zu tun. Ja, und externe Dienstleister gilt natürlich auch. Das heißt, Sie können auch hier aus der Region sich einen eigenständigen Betriebsarzt suchen oder eine Sicherheitsfachkraft. Da ist man immer frei. Also Sie haben eine Vielfalt von Modellen letztendlich, die wir anbieten zur Betreuung letztendlich ab dem ersten Beschäftigten, die verpflichtet ist. Bis zehn Beschäftigte können wir nur empfehlen, an diesem Modell teilzunehmen. Ich sage gleich nochmal, wie und wo. Über zehn bis 50 könnte man überlegen, auch an dem Unternehmermodell teilzunehmen. Oder Sie bleiben am ASD und machen mit denen Termin. Die helfen dann auch für ausgewählte Fragen. Ja, bis zu zehn Beschäftigte. Wie sieht das folgendermaßen aus? Der eine oder andere erinnert sich möglicherweise. Wir hatten früher viele Jahre ein Ringbuchversand. Das war so ein Lilla-Farben. In den letzten Jahren ist das blau für die verschiedenen Branchen. Hier ist das für das Gastgewerbe. Das ist im Prinzip der Fernlehrgang, nennt das bei uns, damit man es daheim machen kann. Man muss also nicht irgendwo in ein Schulungsheim fahren. Man kann es von daheim machen. Man kann es abfordern unter der Betriebsnummer. Man kann es auch sicher am Internet runterladen. Es sind rund, ja, ich glaube, 45, 50 Seiten. Natürlich immer auf vielen Bildern. Denkt mal einfach auf das Niveau Brandschutz, Erste Hilfe, Messer. Stolpern, Ritzen, Stürzen, Gefahrstoffe. Also die Grundthemen im Gastgewerbe. Anschließend haben Sie Kontrollfragebogen. 3, 34 Fragen. Immer nur Ja und Richtig oder Richtig oder Falsch. Sie kreuzen im Prinzip die richtige Antwort an. Schicken das Ganze nach Mannheim. Wenn Sie zu viele Fragen vielleicht auch mal beim ersten Mal verkehrt hatten, bekommen Sie noch eine Chance oder noch eine Chance. Und am Ende des ganzen Prozesses bekommen Sie eine Urkunde, ein Zertifikat. Da steht das drinnen. Sie haben erst mal eine Grundqualifizierung durchlaufen. Und dadurch sind Sie dann automatisch in dem sogenannten Kompetenzzentrum-Modell drinnen. Kann ich nur empfehlen, wer es noch nicht gemacht hat. Alternativ bis 10 Vollbeschäftigte gilt auch ein eintägiges regionales Präsenzseminar. Hinterher haben wir aber auch ein Seminar, was die ähnliche Qualität natürlich hat. Das ist dann einzeln ausgeschrieben. Auch da bekommen Sie ein Zertifikat. Oder auch möglicherweise auch mal neu in Zukunft können auch mal ein längeres Online-Seminar das gleiche Ziel erreichen. Infos, Fragen. Wenn Sie es nicht direkt im Internet finden, finden Sie unter der angegebenen Nummer, dass die Hotline zu dem Thema Fernlehrgang oder Kompetenzzentrum-Modell bis zu 10 Beschäftigte, wenn das von Sie von Interesse ist. Wenn Sie dieses Modell gewählt haben und brauchen jetzt Unterstützung, sei es eine allgemeine betriebsärztliche Frage zum Beispiel oder auch jetzt Unterstützung bei der Gefährdungsbeurteilung, dann gehen Sie bitte dann über den Suchbegriff bei uns Kompetenzzentrum suchen rein. Das ist ja der Ausdruck bei uns aus dem Internet. Sie geben Ihre Postleitzahl Ihrer Betriebsstätte ein, letztendlich 88 noch irgendwas und dann kommen dann anschließend die Sicherheitsfachkraft und der Betriebsarzt mit den Kontaktdaten. Die sind dann hinterlegt und dann haben Sie Zugriff auf die beiden Personen, rufen Sie die an, kontaktieren Sie, Sie bräuchten Beratung vor Ort oder vielleicht auch nur am Telefon, wie auch immer, die helfen Ihnen. Und wie gesagt, die Dienstleistung ist kostenlos. Grundqualifizierung einmal den Fernlehrgang oder alternativ was gemacht. Bis 50 Beschäftigte, über 10 bis 50 Beschäftigte. Das Modell haben wir noch nicht so lange, aber auch ein gut gehendes Modell. Das sind Betriebe in mittlerer Größe. Gilt auch, wer möglicherweise zwei, drei Betriebsstätten in der Nähe hat. Letztendlich zählt ja jede Betriebsstätte einzeln. Auch ganz wichtig, jede Betriebsstätte zählt einzeln. Das bedeutet, haben Sie drei Betriebsstätten mit jeweils 25 Personen. Sind es nicht 75 bei der Zählweise, sondern jeweils 1 sind 25. So, und da könnten Sie als Arbeitgeber sagen, ich nehme am Unternehmermodell teil. Ich möchte mich nochmal, sagen wir mal, aufschulen. Ich muss es ja eh alles wissen. Das ist ja auch so. Und nehme an dem Modell von der Berufslehrungsschaft BGN teil. Es gibt eine Startqualifizierung. Sie bekommen bei Unterlagen. Es gibt ein Basisseminar, sagte ich eben schon. Drei Tage, von Mittag bis Mittag. 16 Lernheiten, dann eigenständige Informationsmaßnahmen. Und da muss man sich alle fünf Jahre weiterbilden. Zum Beispiel festgelegt ist also rechtlich also sechs Lernheiten. Da haben wir Online-Seminare, natürlich Präsenzseminare und so weiter. Müssen wir mal schauen, was es in den einzelnen Jahren gibt. Also ich denke völlig überschaubar. Wer in der Betriebsgröße 10 bis 50 ist, könnte gerne am Unternehmermodell teilnehmen. Das machen wir bei uns in den Schulungsheimen. Aber vielleicht auch auf Wunsch, wenn mehrere Betriebe das benötigen in einer Region, wäre auch zu überlegen. Das können Sie gerne über mich machen. Ich würde es dann weiterleiten, dass dann der ein oder zwei Dozenten zu Ihnen kommen, in ein Hotel, in einem Betrieb und das mit mehreren Arbeitgebern zusammen besprechen. Letztendlich ist ja auch von den Reisezeiten, Reisekosten dann oftmals auch einfacher und günstiger. Gut, wenn Sie das Unternehmermodell nicht gewählt haben, letztendlich, wie gesagt, dann haben wir noch den ASD, Arbeitsministerstärztechnischen Dienst. Möglicherweise, der ist ja mit Beitrag natürlich verbunden. Das kostet so, wer den kompletten Dienst nutzt, ungefähr 60 Euro pro Beschäftigter. Da können Sie ja ausrechnen, Sie haben einen Betrieb mit acht Vollbeschäftigten. Acht mal 60 gibt es 480. Das heißt, Sie bezahlen jährlich ungefähr 480 Euro für den ASD pro Jahr für diese Beratung, diese Dienstleistung. Können aber alternativ sagen, ich gehe in das Kompetenzzentrum rein, möglicherweise, und spare mir die 480 Euro. Ich beschäftige mich selbst intensiver damit und kann ja auch kostenlos auf die Dienstleistung vom Kompetenzentrum zurückgreifen. Also im Prinzip Aufwand, Kosten, Nutzen. Es ist Ihre Entscheidung. Eine Form müssen Sie gewährleisten. Das ist also im Prinzip, was rechtlich gefordert ist. Ja, dann natürlich ist nicht nur die Gefährdungsbeurteilung, wie hier Nummer 1 oder auch Nummer 4, die ich jetzt kurz erläutert habe, die Betreuung gehört mit zu Ihren Pflichten als Arbeitgeber oder als Führungskraft. Sie haben sehr, sehr viele Pflichten zum Arbeitsschutz, im Arbeitsschutz schon immer gehabt, nichts Neues. Ich bin jetzt sehr ins Detail gegangen. Ich stelle diese Folie vor mit dem Hintergrund. Was wir auch für Angebote haben, also klassisch natürlich gerade im Rahmen momentan eines Projektes, staatliche Aufsicht, also Gewerbeaufsicht, Regierungspräsidium oder Bezirksregierung, je nachdem wie es im Bundesland gibt es verschiedene Namen zur staatlichen Aufsicht, haben wir also vielfältige Unterlagen. Wir machen ein Projekt momentan mit dem Schwerpunkt der Arbeitsschutzorganisation und Schwerpunkt Gefährdungsbeurteilung. Deswegen auch die große Nachfrage im Moment zu diesem Thema. Verantwortung, Aufgabenübertragung. Sie haben vielleicht Führungskräfte oder auch den Küchenchef, der gewisse Aufgabenübertragung bekommen hat. Dazu gibt es ein Formular, das muss man schriftlich machen, zum Beispiel. Es muss kontrolliert werden. Die Betreuung kann ich erläutert. Vielleicht Qualifizierungsmaßnahmen. Wir haben sehr, sehr viele Seminare online, Präsenz, Unterlagen zu verschiedenen Themen. Erste Hilfe, ganz wichtiges Thema. Sie brauchen also mindestens immer einen anwesenden Ersthelfer. Auch Gedanken machen über Notfallmaßnahmen, Telefonnummern. Zum Thema Brandschutz bin ich gut aufgestellt, Brandschutzhelfer. Sicherheitsbeauftragte braucht man dann, wenn man mehr als 20 Beschäftigte pro Betriebsstätte hat. Also haben Sie ein Unternehmen mit 25, brauchen Sie das. Haben Sie eins mit 15, brauchen Sie keinen Sicherheitsbeauftragten. Wird auch bei uns, wie gesagt, kostenlos ausgebildet. Arbeitsschutzausschuss brauchen Sie auch. Wenn Sie mehr als 20 Personen haben in einer Betriebsstätte, müssen Sie einen Arbeitsschutzausschuss bilden. Das ist der Chef drin, Betriebsrats, wenn Sie haben, Sicherheitsbeauftragte und natürlich die Betreuung, Sicherheit und Arbeitsmedizin. Einmal im Jahr müssen Sie Ihre Beschäftigten unterweisen und das muss dokumentiert werden. Da haben wir sehr viele Hilfestellungen im Internet. Ich schicke Ihnen gerne auch im Nachgang über die Frau Weber den Link zu unseren Angeboten. Es sind Kurzgespräche, wenig Text, viel Bilder. Gerade auch aufgrund der Sprachschwierigkeiten und so weiter haben wir sehr viel aufbereitet für das Gastgewerbe zu den wichtigsten Themen. Auch Musterbetriebsanweisungen, also alles Hilfestellungen, nur daran denken, Sie müssen unterweisen und die Unterweisungen dokumentiert werden, damit Sie es nachweisen können. Zum Thema psychische Belastung einschließlich Arbeitszeitgestaltung, auch da haben wir Sonderpublikationen, Mutterschutz, Arbeitsschutzgesetz, staatliches Recht, auch da haben wir einige Unterlagen zu dem Thema natürlich. Vorsorge, Arbeitsmedizin haben Sie vielleicht im Gastgewerbe, Feuchtarbeit, wer also sehr viel mit Feuchte, mit Handschuhen und so weiter mit Reinigung zu tun hat, die Spülkraft vielleicht, die Servicekraft unterliegt möglicherweise einer Vorsorge, muss man den Einzelfall betrachten. Befristete Beschäftigte haben Sie, denke ich mal, auch ausreichend. Die müssen genauso geschult werden oder mit Schutzausrüstung versehen werden wie die eigentlichen Beschäftigten. Arbeitsmittel müssen geprüft werden, da gibt es also einen Kataster, was wann wie oft geprüft wird, gibt rechtliche Verbindlichkeiten, zum Beispiel die Personenaufzüge, Druckbehälter und manche können Sie im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung selbst festlegen. Planung und Beschaffung helfen wir gerne weiter, wenn Sie also etwas neu umbauen, neu anschaffen, neu planen, erweitern und so weiter, rufen Sie gerne bei der BGN bei unserer Person an. Fremd, fremde Lieferanten gegenseitig absprechen, dass es dann nicht zu Problemen, Belastungen kommt natürlich, pöhrliche Auflagen, dass sie erfüllt werden und Schwerpunkte Unfälle, Unfallbelastung kennen Sie ja, Rutschturz, Verprüfung, Verbrennung oder ähnliche Dinge, meistens nur leichte bis mittlere Unfälle, aber auch daran denken, länger als drei Tage Arbeitsunfähigkeit müssen Sie also eine Unfallanzeige ausfüllen, der Gewerbeaufsicht und uns auch dann nachher übersenden. Ja, Sie bekommen im Nachgang über die Frau Weber, wie gesagt, kurz nochmal diese Checkliste mit einigen Links, was wir im Angebot haben, damit Sie komplett, sagen wir mal vollständig gut aufgestellt sind zum Thema Arbeitsschutzorganisation und nicht nur Gefährdungsbeurteilung. Und da können Sie im Prinzip Ihre regional zuständige Aufsichtsperson von uns ermitteln. Sie gehen einfach rein, Aufsichtspersonen für den Betriebssuchen, bei uns auf der Homepage finden Sie das und dann steht hier Gewerbe. Wir haben ja also auch Fleischer, Bäcker, Brauereien und so weiter, geben Ihre Postleitzahl an und dann finden Sie dann die Kontaktdaten meiner Kollegin, meines Kollegen, die hilft Ihnen weiter. Zu übergeordneten Themen bin ich natürlich zuständig als Branchenkoordinator. Ich sitze und gehöre zu Nordrhein-Westfalen, gehöre zum Büro Dortmund, das sind meine Kontaktdaten, können Sie natürlich auch gerne nutzen, außer den Themen heute gibt es vielleicht auch andere Themen. Die Hauptverwaltung, wissen Sie ja, ist ja bei uns in Mannheim, da sind also die Beitragsgeschehen, ansonsten haben wir auch sechs, sieben Außenbüros. In München gibt es ein Außenbüro, in Nürnberg gibt es auch ein Außenbüro oder auch Mannheim und Mainz. Das wären dann vielleicht für Sie die regional zuständigen. Ja und damit wäre ich mit dem, was ich sagen wollte, zum Thema Gefährdungsbeurteilung, wie es funktioniert, eine gewisse Systematik, Gefährdung, Belastung, Ihre persönliche Entscheidung, Restrisiko betrachten, Maßnahmen festlegen, Maßnahmen umsetzen natürlich, letztendlich Unwirksamkeitskontrolle machen, dokumentieren, dokumentieren, dokumentieren natürlich. Denken Sie aber auch an die Betreuungsformen, ganz wichtig, Aufwand, Kosten, Nutzen und gerade die Betriebe bis zehn Beschäftigte bekommen, konkret vor Ort letztendlich auch kostenlos eine erstellt. Alternativ wäre dann die ASI-Broschüre oder ähnliche Dokumente. Gut, dann bedanke ich mich erstmal für Ihre Aufmerksamkeit, bin ja noch etwas hier, stehe gerne für Fragen zur Verfügung, die mir die Frau Weber da möglicherweise gleich mitteilt. Ansonsten, wie gesagt, wünsche ich Ihnen natürlich erstmal alles, alles Gute, ganz wichtig so bleiben gesund mit Ihrer Familie, mit Ihren Beschäftigten und bis vielleicht irgendwann mal baldiges Wiedersehen. Ja, danke. Vielen Dank, vielen Dank, Herr Schwebel. Wir schauen jetzt einfach mal, ob noch Fragen da sind. Im Moment sind keine Fragen, da lassen wir den Chat noch kurz offen. Mir hat sich jetzt gerade noch eine Frage gestellt und ich habe mich auch im Vorfeld schon ein paar Mal bekommen. Was ist denn mit Betrieben, die nur geringfügig Beschäftigte haben? Das spielt keine Rolle. Ab dem ersten Beschäftigten, da spielen die Stunden keine Rolle, unterliegen. Bei den ganzen Vorschriften im Arbeitsschutz geht es um Schutze der Beschäftigten. So, man muss mehr machen, hat man mehr möglicherweise, hat man höhere Einsatzzeiten oder längere Einsatzzeiten, aber ab dem ersten Beschäftigten. Und wenn es nur die Aushilfe ist oder die Putzhilfe ist, braucht man diese Betreuung. Und ich habe hier noch eine Frage jetzt gerade bekommen, wie zählen denn die Auszubildenden zu den Stunden? Sehr verständlich, zählen die dazu. Also zählen die dann auch voll dazu, wie ein Vollzeitbeschäftigte dann auch? Ja, auch dazu. Und die Teilzeitbeschäftigten werden entsprechend dann hochgerechnet nach den Stunden? Die werden bei den meisten Vorschriften entsprechend hochgerechnet und bei der Betreuung auch. Beim Arbeitsschutzausschuss werden sie dann im Prinzip entsprechende Stunden hochgerechnet. Beim Sicherheitsbeauftragten zählen die Köpfe. Also habe ich mehr als 20 Beschäftigte, egal wie viel die arbeiten. Also man muss in die Vorschrift gucken und so addieren sich dann die Beschäftigten. Aber für ihren Fall, Gefährdungsbeurteilung, zählt jeder einzelne Kopf, jede einzelne Stunde. Und wichtig ist wahrscheinlich vor allem, dass wenn es eine Frage gibt, jemand sich einfach bei Ihnen meldet und anruft. Das wird der erste Weg sein. Regionale Fragen, einzelne individuelle Fragen gerne bei meinen Kolleginnen und Kollegen. Die wissen auch Bescheid, dass ich heute hier bin, dass vielleicht mal eine Frage kommt. Übergordnete Fragen wie unser Thema heute natürlich gerne über meine Hände. Da versuche ich auch mit Ihnen zusammen dann Lösungen zu finden, dass wir gemeinsam da ein Stück weiter kommen. Wunderbar. Herzlichen Dank, Herr Schwebel. Danke, Frau Wehrmann. Fragen sind keine mehr da soweit. Sie erhalten ja, wie schon vorher gesagt, den Link mit dem Download zur Präsentation. Wir zeichnen auch heute auf. Sie können sich das Ganze nochmal anschauen dann auch. Und wenn Sie weiterhin Interesse haben, schauen Sie mal immer wieder in unsere Veranstaltungsdatenbank. Wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal auch wieder dabei sind. Herzlichen Dank und Tschüss.